Preis, Preis war interessant, sicher. Ja. Wir hatten früher im Harz gebucht, der Skier, die waren wesentlich teurer. Und der Harz ist ja wesentlich niedriger. Und auch, also längst nicht in der Qualität. Und unser Sohn, der hat hier auch die Skier geliehen bei euch. Na ja, und dann hat er gesagt, mach das mal auch, das ist ein ganz prima Laden. Und der ist Hamburger Skilehrer. Ja.